Herzlich Willkommen! Heute nehmen wir uns den Shooter Black Ops vor. Er ist schon etwas älter, aber einige werden ihn bestimmt noch kennen. Er ist jetzt nicht umhauend von einem Grafiker etc. Aber ich hatte ihn mal wieder gefunden und ausgekramt und dachte mir, den stelle ich einfach mal vor. Wie man schon sieht, es ist alles nicht wirklich vergleichbar mit den heutigen. Aber da sieht man auch wieder, was es für eine Entwicklung war. Hier können wir zum Beispiel Waffen auswählen. Das sind so die gängigen, die man immer noch natürlich kennt. Da nehmen wir die. Und Start. Ja, also wie man sieht, es ist alles sehr schlicht. Und wenn man das mal vergleicht, man kann es eigentlich gar nicht vergleichen. Nehmen wir mal jetzt Modern Warfare 3. Das ist eine schwer andere Welt. Aber, naja. Wir waren früher erfordern. Das Problem, was man bei diesem Spiel hat, ist einfach, dass man sehr weit laufen muss. Wie man da oben an der Meterzahl sieht. Und ich werde hier gerade beschossen. Er kann sich sogar hinlegen. Warum ist der schon tot? Hm? Naja. Also, es wird nicht auf dem Radar angezeigt, wenn jemand da ist. Da unten, die sind auch schon schwer wild. Gucken wir mal, bis ich hier treffe. Ah, knapp. Was ich so geil finde, man trifft die echt leicht. Und die Schüsse sehen echt klasse aus. Sie ist ja mir abgehauen. Mist. Hm. Vielleicht finde ich noch. Ah, ich komme hier nicht hoch. Ne. Ist, äh, glaub ich, im Sand verschwunden. Haha. Naja. Gibt's Schlimmeres. Was ist das für einer? Oh. Sind Feinde. Haha. Na, das ist doch schwer zu erkennen. Da hinten läuft auch einer. Da hinten läuft auch einer. Da hinten läuft auch einer. Punkt. Sagen wir es mal so. Auf dem Radar oben wird uns angezeigt, wo wir hinlaufen müssen. Zu dem jeweiligen grünen Punkt. Wenn man darauf achtet, wie es immer hin oder her springt. Es ist fantastisch. So. Okay. Nachleiden kann man anscheinend nicht. Schießen wir es auch mal leer. Wie schön es ist, einfach mal 300 Meter durch die Wüste zu laufen, ohne rennen zu können. sehr zeitintensiv. Was macht man heute? Man setzt sich an die Xbox und an der PC, spielt eine Runde MW3 zum Beispiel und hat dann 5 Minuten Beschäftigung. Ah, naja. Hier hat man etwas mehr. Da scheint auch einer zu sein. Zack. Nehmen wir mal die kleine. Oh, das haben wir auch. Sollen wir mit dem Messer probieren? Zack. Zack. Oh, das sah aber elegant aus. Also, alles wäre schön. Ah, hier nehmen wir wieder diese MP5. schwarzer Qualm. Das hört sich schon mal gut an. AK-47. Alles klar. Oh. Jetzt habe ich auf meinen Kollegen geschossen. Oh. Er ist tot. Oh nein. Das ist aber jetzt kacke. Stirb. Scheiße. Jetzt habe ich meinen Teamkollegen umgebracht. Was mache ich denn jetzt? Das brauche ich bestimmt. Das brauche ich vielleicht bestimmt. Peng, peng. Peng, peng. Mal im Zelt schauen. Irgendwo schießt so einer hier. Da. Peng. Wie man sieht, man kann einfach ohne anvisieren einfach drauf losschießen nach dem Motto, man trifft eh. Zack. Wenn man darauf achtet. Das ist echt so ein schöner blauer Strahl. Alpha One. Und wieder durch die Wüste laufen. Bergkletterer ist man also auch. Ist das für einer? Was? Oh, okay. Das war also ein Feind. Und naja, wie es dann anders sein kann, seht ihr dann in dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.